Hallo alle zusammen, wie geht's euch heute? Ich bin Frau Imen, eure Deutschlehrerin. Jetzt sprechen wir über das Wetter. Noch einmal, das Wetter. Das Wetter ist kalt. Das Wetter ist heiß. So, das Wetter. Die Frage lautet, wie ist das Wetter? Noch einmal, wie, wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter heute? Im Winter. Im Winter. Was passiert im Winter? Es regnet. Es regnet im Winter. So, was passiert im Winter? Winter. Es regnet. So, es regnet. Ja, es regnet. Oh, es ist sonisch. Es ist sonisch. Wann? Im Frühling. Im Frühling ist es sonisch. Was passiert im Frühling? Es ist sonisch. Es ist sonisch. Wann? Im Frühling. Im Herbst. Im Herbst. Im Herbst. Was passiert im Herbst? Im Herbst ist es windig. Noch einmal. Es ist sonisch. Wann? Im Herbst. Noch einmal. Es ist sonisch. Windig. Im Herbst. Im Sommer. Was passiert im Sommer? Im Sommer ist es heiß. Im Sommer ist es heiß. Hier haben wir eine Übung. Ergänzen Sie mit. Es regnet. Es ist sonisch. Es ist sonisch. Es ist windig. Es ist heiß. Nummer 1. Wie ist das Wetter im Sommer? Was ist die Antwort? Ja. Es ist heiß. Es ist heiß. Nummer 2. Wie ist das Wetter im Winter? Ja. Es regnet. Im Winter regnet es. Nummer 3. Wie ist das Wetter im Frühling? Noch einmal. Wie ist das Wetter im Frühling? Ja. Im Frühling. Es ist sonisch. Es ist sonisch. Sehr gut. Nummer 4. Wie ist das Wetter im Herbst? Noch einmal. Wie ist das Wetter im Herbst? Im Herbst ist es windig. Noch einmal. Im Herbst ist es windig. So. Wie ist das Wetter im Herbst? Es ist windig. Dankeschön und viel Erfolg. Komplett. Vielen Dank. Vielen Dank.